Jetzt sind wir in Quedlinburg und wandern ein bisschen durch die Alten Gassen. Unser nächstes Ziel soll jetzt das Schloss in Quedlinburg sein. Da gehen wir jetzt als nächstes hin und mal sehen was uns erwartet. Leider haben wir ein bisschen Pech. Von näher aus ist der Zugang gesperrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einen Blick über die Dächer von Quedlinburg kann man alles hier oben im Schlossgarten erhaschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020